was geht ab youtube euer olex 2202 ist wieder am start heute mit den weekend league rewards division rivals rewards habe ich die coins genommen und ja ich war ja lange nicht mehr auf youtube unterwegs aber ja jetzt will ich freitags immer die rewards bringen aus division rivals weekend league wenn ich noch habe squad battles und anmelde nicht anmeldeboni hier vorbesteller packs und ja und montags oder dienstags je nachdem wie es hinkriegt soll dann immer eine weekend league zusammenfassung kommen und ja starten wir sofort mal rein würde ich sagen ich habe diese woche gold 3 erreicht 14 zu 15 ja ich erreiche momentan immer gold 3 so und ja gold 2 wäre schön wenn ich mich da steigern kann und hier kriegen wir auf jeden fall zwei player picks zwei mega packs ein 50k pack 30k coins und 2000 quali punkte und ja wir beginnen mit dem player pick erster player pick werner werneis 3er player pick ferrmann nehme ich auch mit ferrmann nehme ich auch mit hier also ein ralf ferrmann zweiter player pick zweiter player pick ah leider nicht irgendwie werner oder obermergen wäre nice gewesen sind aber nicht gekommen so nämlich valeri mit da habe ich jetzt schon den zweiten in form von ihm in rot und ja machen wir so und ja nehmen wir die mit 30k coins ich kann euch ja mal mein team zeigen das habe ich hier und jetzt bald werde ich dann die alvest dann werde ich die sbc machen und dann hier in die mitte marquinhos ja und hier kann man jetzt mal den special fairmann hinstellen das ist doch ganz knackig würde ich mal sagen und ja dann kommen wir jetzt noch zu den packs drei packs an der zahl beginnen wir mit einem mega pack wäre geil wenn ich daraus luck habe aus dem pack kein walkout leider und wir kriegen auch keine wand keine wende paar flanker der bremer haben wir aber ein paar spieler sohn noch drin die ich dann mitnehmen und hier das was ich letztendlich nicht auch kommt dann wecken damit wir den kann man sich ja noch mal ist wieder ein bisschen gesunken aber kann man wieder verkaufen kann man hier mal verkaufen macht man ein paar coins und ja der rest kommt mit und das wird abgestoßen und ja nächstes mega pack leider wieder kein walkout und auch keine wand hoffentlich wird das 100k pack nicht genauso schlecht das wäre natürlich jetzt nicht so ideal und ja ja das training brauche ich nicht liga auch nicht auch nicht auch nicht auch nicht können wir abstoßen ja der wähler können wir für 900 coins mal drauf tun das kommt mit das wird abgestoßen für 250 coins und jetzt das 100k pack bitte EA gönnt ja ja es wird ein walkout das ist schon mal sehr nice ein normaler walkout italien innenverteidiger chelini wird es bestimmt ne bonucci ach man warum nicht chelini schade 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 also so jetzt hier bonucci ach wenigstens ein walkout 17 18k wert schmeichel noch dazu rest ist ja nix wert bonucci kommt auf die liste schmeichel auch mal rest nehmen wir mit und dann würde ich auf jeden fall sagen wenn es euch gefallen hat lasst ein like da abonniert den kanal für mehr und dann würde ich sagen sehen wir uns am montag spätestens dienstag mit der weekend league zusammenfassung die ich immer nach kommentieren werde und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal und ciao